Sonderschau Stimme des Lichts, Delaunay Apollinaire und der Orphismus im Ludwigshafener Wilhelm Hack Museum eröffnet. Die Ausstellung widmet sich der Strömung des sogenannten orphischen Kubismus ab etwa 1912. Eine Keimzelle der Abstraktion, in der Lichtfarbe, Form und Simultanität, also die Gleichzeitigkeit beispielsweise von Motiven oder Zuständen, zu den großen Themen zählen. Seine Künstler schaffen keine Abbilder der visuellen Wirklichkeit, sondern Elemente, die gänzlich vom Maler selbst erschaffen werden. Guillaume Apollinaire beschrieb als einer der Ersten eine vollkommen abstrakte Kunst, die kubistische, futuristische und expressionistische Ansätze vereint. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs beendete seine Versuche, den Orphismus als radikale Avantgarde-Bewegung zu etablieren. Mehr als 60 Werke der klassischen Moderne zeichnen im Wilhelm Hack Museum die Idee des Orphismus nach, unter anderem mit Gemälden von Marc Chagall, Robert Delaunay, Paul Klee, Max Ernst, Wassily Kandinsky und Franz Marc. Die BASF unterstützt die Schau als Hauptsponsor. Seit 1990 ermöglicht das Unternehmen Großausstellungen im Hack Museum inzwischen die achte. Das Wilhelm Hack Museum ist die Top-Adresse seit 40 Jahren für zeitgenössische und moderne Kunst und somit trägt das Hack Museum auch zur Attraktivität und Beliebtheit der Metropolregion Rhein-Neckar und natürlich auch der Stadt Ludwigshafen bei. Und ich bin mir ganz sicher, dass diese neue Ausstellung auch viele, viele neue Besucher begeistern wird. Vielleicht auch Besucher, die sich bisher nicht in ein Museum eingefunden haben. Etwa 250 Interessierte besuchten die Vernissage am 1. Dezember und tauchten ein in eine künstlerische Welt, die auch versucht, die Naturwissenschaften zu spiegeln. Die Spektralfarben, vereinfacht gesagt die Farben des Regenbogens, übten auf die Künstler des Orphismus eine besondere Faszination aus. Weshalb Licht und Farbe auch eine besondere Rolle im Rahmenprogramm der Ausstellung, beispielsweise im Lichtlabor, spielen. Die Ausstellung ist noch bis 2. April zu sehen.